Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Tesla beschleunigt Produktion von erschwinglichen Modellen. Tesla plant Beschleunigung der Einführung des kostengünstigen Modells Tesla Inc. Plant, die Einführung seines erschwinglicheren Modells auf dem Markt zu beschleunigen, um seinen sinkenden Marktanteil zu ändern. Trotz der aktuellen wirtschaftlichen Krise ist Tesla entschlossen, seinen Plan weiter zu verfolgen, um Elektrofahrzeuge für mehr Menschen zugänglich zu machen. Ein ehrgeiziger Plan trotz der wirtschaftlichen Herausforderungen. Herr Elon Musk, der CEO von Tesla, hat die Absicht des Unternehmens bekräftigt, das Erscheinen des kostengünstigen Modells voranzutreiben. Die Firma hält ihre aggressive Haltung bei, trotz der gegenwärtigen Herausforderungen aus der Covid-19-Pandemie und der damit verbundenen wirtschaftlichen Verlangsamung. Musk betonte die Bedeutung einer raschen Umstellung auf erneuerbare Energien als Teil des Umweltziels des Unternehmens. Er erklärte, dass Tesla weiterhin versuchen werde, den Preis für seine Fahrzeuge zu senken, um sie für mehr Menschen erschwinglich zu machen. Die Auswirkungen auf den globalen Fahrzeugmarkt Die geplante Einführung von Teslas kostengünstigem Modell könnte beträchtliche Auswirkungen auf den globalen Fahrzeugmarkt haben. Experten weisen darauf hin, dass eine Erhöhung der Produktion von erschwinglichen Elektrofahrzeugen den Marktanteil von Tesla in den aufstrebenden Märkten deutlich erhöhen könnte. Gleichzeitig könnte dies den Wettbewerb im Bereich der Elektrofahrzeuge verschärfen, da andere Hersteller gezwungen sein könnten, ihre Preise zu senken oder ihre eigene Produktlinie von günstigen Elektrofahrzeugen einzuführen. Fazit Obwohl die Wirtschaft derzeit weltweit unter Druck steht, scheint Tesla nicht von seinem Ziel abgewichen zu sein, mehr Menschen den Zugang zur Elektromobilität zu ermöglichen. Die beschleunigte Einführung ihres kostengünstigen Modells könnte sowohl den Fahrzeugmarkt als auch die Umweltprobleme, mit denen die Welt konfrontiert ist, erheblich beeinflussen. Quellenangaben S. Tesla plant Fortführung der Entwicklung des kostengünstigen Modells trotz der Covid-19-Pandemie, Wirtschaftsnachrichtenagentur Bloomberg. Zweit Auswirkungen der geplanten Markteinführung des Billigmodells von Tesla auf den globalen Fahrzeugmarkt. Deutsche Autozeitschrift Automotor und Sport Von Anita Farke, Mittwoch, 24. April 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen. Zuhören. 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 Zuhören.